So zurück in der Base. Da habe ich mich gerade entschieden. Wir machen jetzt die Stahlproduktion fertig. Es ist heute ein verdammt weiter weg bis dahin, aber egal. Da braucht man bloß 50 Rundäne. Die brauchen wir jetzt gleich zusammen. Ich hätte gerne die schnelleren Fließbänder. Dann kommen wir hier auf keinen grünen Zweck. Wir werden jetzt so noch ein bisschen produzieren, weil sonst können wir hinten einiges bauen. Aber wir müssen auf die K3 Fließbänder kommen. Ja, so. Sollten wir eigentlich alles haben. Jetzt, zwei, den, den. Das noch, das noch. Beton, den haben wir aber nicht. Beton geht auch nicht vorwärts. So. So. Milestone reached. Steel production unlocked. Foundry grants access to new simple steel parts. An additional project part can now be constructed. Progress to the next phase is now possible. Ich könnte das machen. Das ist jetzt, glaube ich, noch interessanter wie, da brauchen wir nicht alles laufen. Hier Hypertubes bis hinter. Alles gut. So. Haben wir jetzt für den Tener noch was üblich drauf. Nix drin. Ja, wir machen mal die Hypertubes. So, dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen den Beton beschleunigen können. Okay. Ist das schon im Kurzbau? Ist das okay im Kurzbau? Hier auch nicht. so. Ohne. Aber jetzt muss ich das noch mal. So. So. Ohne. 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 ist das hier noch mal an das haben wir schon alles auf mk2 ist schon mk2 und habe ich das auf alle fälle so ein bisschen mehr beton hier das schon voll das schmeißen oder mit rein jetzt schmeißen wir drei von drei mk2 spätestens wenn wir etwas ausholen so natürlich zu blöd dass die anzeige nicht da ist vier minuten ach so ja warte mal, ach ne das geht hier nur im ofen jetzt müssen wir erstmal stahlproduktion anschmeißen hey da haben wir noch viel zu wenig beton hier das ist nicht schön gut wir brauchen wir müssen ja erstmal strom hinterziehen nehmen wir den mit ziehen wir mal den strom dahinter und auch da hinten lang das müsste glaube ich kürzer sein dann können wir uns auf die hyper tubes nachher lang legen und ich will auch hier gar nicht fahren So, jetzt beobachten wir erstmal einen Mast, den klatschen wir da ins Eck, und dann legen wir mal los. Mal gucken, ob das noch geht, als hätte natürlich was, ja, ein Kabel geht durch, sehr schön. So, mal gucken, ob wir das da hinten machen, brauchen auf alle Fälle erstmal drei Miner, ich weiß gar nicht, ob ich die dabei habe jetzt. So, jetzt hätten wir da schon mal ein bisschen Strom. Können wir das Zeug auch mal rausschmeißen. Das raus. Das können wir hier reinlegen. Ist ja egal, wo das hingeht. Äh, das raus, warum ist hier nämlich was los? Na, Hallewetter. Ist ja voll. Einfach so und sagt nichts. Das gibt's ja gar nicht. So, gut. Wir brauchen den. Habe ich bloß noch die zwei, oder? Äh. Was haben wir hier noch drin in unserer Restekiste? Zillikat. Äh, da haben wir noch einen. Schwäfe. Können wir hier mal ausschmeißen. Für die Intelligenten brauchst du so viel. Also machen wir erstmal keine Intelligenten da hinten. Das raus. Der Ton kann eigentlich auch raus. Nehm ich mal den gleich mit. Ja. Die Ton kann auch raus. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt, denke ich mal. Hm. Nehmen wir aber noch mal hin. Okay. Was macht die Kinder auch raus? Brauchen wir nicht. Das heißt, wir nehmen da noch was mit. Da noch was mit. Da noch was mit. Ah, Mann. Wo ist jetzt noch was mit? Äh. Die nehmen wir mit. Gar bestimmt gebrauchen. Ist da mehr Beton drinne? Okay. So. Ja. Schade. Jetzt wird nicht wirklich viel. Das ist echt Zuse, dass wir die Produktion gesteigert kriegen. Na gut. Können wir gleich noch ein bisschen Beton mitnehmen. Die wird da nicht rumgekommen sein, aber egal. Zeig. So. Was ist das denn hier mal in Betrieb nehmen kann? Ja, hier. Da wird dann zu Strom dann schon wieder ausgehen. Aber jetzt machen wir mal die. Oder wir gucken mal, ob wir die Stahlproduktion zum Laufen kriegen. So. 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 das dann ganz gut. Da haben wir ja eh alles, was wir brauchen. Oh. Woher woher? Okay. Asstit nimmt er als Wand, okay, das ist schon gut, wenn er das als Wand haben will. Oh, echt jetzt? Um einen zu lang? Das ist ja... So, kann ich hier eingehen? Wie breit ist der jetzt? Der ist schon dabei. So, gib mal Auto. Was können wir eigentlich einstecken? Ein bisschen Platz haben wir. Da holen wir uns die Karre jetzt und stecken rein. Das brauchen wir ja im Moment nicht als Markierung. Ist natürlich die Frage, wie kommen wir denn an das Strasse weg? Ich glaube, bis zu den Zügen brauchen wir noch ein bisschen. Okay. So, no. Oh, ist ein Kabel drin. So, jetzt stellen wir die Kiste davon. So, dann müssen wir nach rechts und dann nach hinten. So, jetzt muss man hier, glaube ich, den Weg noch verbreitern. Ja. Ja, da müssen wir. Eins, zwei. Nö, hab ich schon auf drei. Na, ist ja nicht wahr. Äh, so. Da mal hängen. Und ziehen wir mal das Kabel gleich vor. Wenn wir eine Eisenbahn hätten, also wenn wir die Züge schon hätten, dann möchten wir uns die Arbeit mit dem Strom gar nicht machen. Wenn das noch so ist. Hab ich das Ding schon ausgeräumt? Ja, da ist eine Fontechen drunter. Das hat mir schon leer geräumt. und mal gucken wir haben hier noch eins finden ist eine schnecke auf dem berg ich brauche schon drei sehr schön aber schon zu lang ich will nicht damit in den weg kommen ich würde dann den da vorbeibauen weiß ich oder nicht ich würde sagen wir bauen das noch mal umbauen ist auch gut wir müssten ja da rüber das bringt uns nix Gehen dafür hier dann hoch. Ja. 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 Zweimal. Gut, das müsste reichen. Das ist halt die Frage. Kommen wir dann über den oben drüber? Kommen wir auf alle Fälle mit dem nicht vorbei, oder? Äh, da ist der Beton, Beton. Wo haben wir sie denn? Da. Hier. Okay. Sieht hier aus. Wir kommen auf alle Fälle vorbei. Hm? Mal bloß gucken, dass wir mit der Höhe da hinten hinkommen. Hm. Gut, Straße lassen wir. Wir lassen sie einfach dort. Das Kabel könnten wir da eigentlich auch langziehen. Hm. 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 Ja. Sehr gut. Das ist schon wieder irgendwo was. Daneben, scheiße. Wir müssen erstmal da rüber. Wie habe ich denn das Zeug da hingebracht? Ich bin doch da schon durchgelatscht. Kommt das drauf. Hier hinten ist es ganz schön dunster. Das ist auf alle Fälle flicke ruhig. Okay, so den weg. Ah ja, da haben wir eh schon das Kabel. Okay. Gut. Der Tee ist. Wir müssen da den zusammenbringen. Aber ich möchte gerne hier. Das machen wir da oben. Ohne Absperrungen. Ich glaube das ist eine gute Idee. So. Wie weit sind wir denn hier? Eins, zwei. Mindestens drei. Da haben wir es mal hin glaube ich. Hier war. Ja. 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 Und es geht der Beton schon wieder aus. Jetzt geht der Beton noch wieder aus. Und noch einen, oder? Weiß gar nicht, müssen wir denn irgendwann mal in die Richtung? Keine Ahnung. Aber ich brauch den Beton. Wie war denn das? Hat er irgendwas erzählt? So? Ne. Wie konntest du doch hier? Was macht er da? Juhu. Aber was ist halt die Frage, ne? Ja. Hier wo nix steht und wir nicht zerkreisen können aus Versehen. Da können wir doch nie noch was bauen. Ja. Dieses Beton geht schon wieder raus. Das ist der Wahnsinn. Beton, ne? So viel Beton kann aber auch keiner herstellen. Zumal ich ja hier jetzt dann gleich Beton herstellen muss. Können wir eigentlich jetzt... Haben wir da noch genug? Hm. Ja. Das was ist denn? Ich bin schon wieder zurück in den Besuch.